Wir haben tatsächlich nur vier Geschäfte und auch nur hier in Walzrode und Umgebung. Das ist auch das, was uns ausmacht, weil wir halt echt eine ganz kleine handwerkliche Landbäckerei sind, die hier backt, die hier verkauft und die das liebt, was sie tut. Die ganze Familie arbeitet bei uns mit und viele Leute, die bei uns arbeiten, die arbeiten das schon länger, als ich alt bin. Unser Großvater, Urgroßvater, hat das vor 110 Jahren gemacht. Rohstoffe aus der Nachbarschaft, Heidelbeeren aus der Nachbarschaft, alle Zutaten von hier. Das Brot war lecker, bekömmlich, ohne Schnickschnack und so war es richtig. Und so machen wir das heute noch so, weil wir da echt dran glauben, dass das der richtige Weg ist.